Was ist die starke Hitze? Die starke Hitze führt dazu, dass die öffentlichen Wasserversorger darauf hinweisen, mit Trinkwasser, also städtischem Wasser, sehr sorgsam umzugehen. Und auch die fließenden Gewässer zweiter Ordnung, Berkel, Issel, Bocholter, Ahr und Dinkel, aber auch alle anderen Oberflächengewässer sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind unter die Mindestwassergrenze gefallen. Mein dringender Appell, meine herzliche Bitte, bitte entnehmen Sie kein Wasser mehr aus Oberflächengewässer, seien es Gewässer zweiter Ordnung, seien es andere Bäche oder auch stehende Oberflächengewässer wie Seen oder Tümpel.